Meine Herren, ich möchte Ihnen Sergeant James Doyle von der SOE vorstellen. Er begleitet uns auf dieser Mission. Er war einer der besten Absolventen der SOE-Schule in Guildford. Also seien Sie versichert, dass er es drauf hat. Zum Glück haben wir ihn, 41, aus seiner öden Existenz bei der RAF retten können. Damit wären die Vorstellungen beendet. Kommen wir zur Sache. Eine Reihe von großkalibrigen Küstenbatterien bedrohen den Erfolg der bevorstehenden Invasion Siziliens unter dem Codenamen Operation Husky. Eine besonders gefährliche liegt hier, bei Capo Moro di Parco, einer kleinen Halbinsel nahe Syracus. Diese Geschütze müssen zerstört werden, bevor die alliierten Schiffe sich auf ihre Invasionspositionen begeben können. Dazu brauchen wir ihre besonderen Talente, meine Herren von der SAS. Ein örtliches Fischerboot wird uns in die Nähe der Geschütze bringen. Wir sollten so nah genug herankommen, ohne Aufsehen zu erregen. Die Waffen sind in einem feindlichen Bunker unter den Ruinen dieser alten Festung. Unsere Mission ist es, reinzugehen und Ladungen an Waffen und im Munitionslager anzubringen. Dann treffen wir uns mit dem Boot und setzen zur Alstermonark über. Sie alle haben Ihre schriftlichen Instruktionen erhalten. Lesen Sie sie gut durch. Der Erfolg der Invasion hängt ganz von uns ab. Viel Glück! Der Erfolg der Invasion hängt ganz von uns ab. Meine Herren, hören Sie zu. Wenn wir das Dock erreichen, teilen wir uns in zwei Angriffsteams auf. Toll, Sie führen Team 2 an und eliminieren die Wachen im Dockhaus. Team 1 und ich geben Ihnen Feuerschutz. Hoover, Luthies, lösen Sie die Wache ab. Runter vom Bruch, schnell. Sie wissen, was zu tun ist. Runten bleiben, in Deckung. Wir haben doch erst vor zwei Stunden gefüllt. Es ist einfach langweilig. Gut gemacht. Sie und Ihr Team gehen so nah wie möglich an den Bunker rein, bevor Sie angreifen. Wir decken Sie. Die Wache, Luthies. Alle Mann in den LKW! Hey, Luthies, Sie fahren! Gut, sobald wir im Bunker sind, kümmern wir uns um die Geschütze und platzieren Ladungen im Magazin. Nehmen Sie wie immer alle wichtigen Dokumente von da drin mit. Auf der Kante ist ein Leuchtturm, den jagen wir hoch. Das wird Sie ablenken und aus Ihrer Festung ausholen. Schau, der verdammte LKW hat abgewürgt. Mist! Wir gehen zu Fuß weiter. Dort, gleich da oben. Da sind Sie! Gehen wir Deckung! Weiter! Linke Flanke! Der Halt! Feuerschutz! Angriff! Engländer! In Deckung! In Deckung! In Deckung! In Deckung! Ich setze fest! In Deckung! Und mit! In Deckung! In Deckung! In Deckung! In Deckung! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Spreng Sätze an und nehmen die Beine in die Hand Okay, wenn Doyle die Ladung richtig platziert hat, sollte der Leuchtturm in die Luft fliegen. Genau jetzt! Sie ziehen ab! Unten bleiben! Wenn Sie uns sehen, sind wir verloren! Okay, dann mal rauf auf die Mauer! Doyle, Sie gehen da hoch und schalten den Funkraum aus! Mein Team sichert den Hof für die Flucht! Achtung! Vorsicht! Hier! 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 Trupp vorwärts! Sie sind hier! Geht hoch! Nettung! 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 Zweifel und Böse kommen bei Ihnen zu Fortgeschmackern. Der Freitagant ist uns überrascht und zerstört den Transporter. Einsamkeit in Sektor 6, Ebene B entdeckt. Nettung! Übernehmen Sie mit drei Männern die Flamme! Der Freitagant! Hier steckt alle wieder! Wir holen uns die Kompanie sofort zum Fahrrad. Der Feind-Tablikan ist ohne Beratung und der Schirrung ist vorgegangen. Die kommenden S.A.F. sehen keine Gefangenen. Ich wiederhole. Keine Gefangenen. Sagen Sie dem Kommandostab, wir greifen ab. Sie sollen Verstärkung schicken. Trump, vorwärts! Wir werden angegriffen. Ich brauche eine Deckung! Erschießt jeden Einwägling! Erfels! Runter, Granate! Der Feind hat die Beine! Rechte Flagge! Wir werden angegriffen. Alle Mann in Kampfbereitschaft. Gut, die Fahrzeuge sind sabotiert. Jetzt ist der Bunker dran. Wo ist der Kopf? Unten bleibt! En? Wo ist er, dass er in den Kampf rummert ist? Auf geht's! Auf geht's! Lasst uns ein Crash- ein Crash- Err! Achoo! Wir werden angegriffen. Alle machen den Koffensbereitschaft. Er schießt jeden einräglich. Gebt mir Deckung! Deut, gehen Sie mit Ihrem Team die Waffen ausschalten. Denken Sie daran, packen Sie alle wichtigen Dokumente ein. Die anderen halten hier die Stelle. Wir werden angegriffen. Alle machen den Koffensbereitschaft. Er schießt jeden einräglich. Los, los, los! Wir werden angegriffen. Blackieren! Ich brauche den Koffensbereitschaft! 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 Die Kommandosstraße greifen an. Dröhnen, die stärkend schießen. Auffall! Wir werden angegriffen. Alle machen den Koffensbereitschaft. Er schießt jeden einräglich. In Deckung! Fahr frei! Und zerstört die Transporter! Sie sind vom britischen SAS nicht. Keine Gefangenen! Ich wiederhole, keinen Gefangenen! Haben Sie Seht? Gut, dann auf zum Munitionslager! Pusten wir den Bon weg und dann raus hier! Weitest nicht! Ich brauche den Deckung! Der Feind hat sich an die Zone überrannt und zerstört die Transporter! Ich schaue den Bein! Sie sind hier! Ich bin der Bein! Sie sind hier! Die Bewegung! Die sind vom britischen SAS, die keine Gefangenen. Ich wiederhole, keine Gefangenen. Trupp vorwärts! Zweite und fünfte Kompanie sofort zum Fahrrad. Der Feind hat die Gardition überrannt und zerstört die Transporter. Einbringlinge in der Ebenen B entdecken! Feuer frei! Ich brauche Deckung! Zweite und fünfte Kompanie sofort zum Fahrrad. Der Feind hat die Gardition überrannt und zerstört die Transporter. Los, los, los! Los, los, los! Nehmen Sie das! Vorwärts! Fliegel! Vorwärts! Gehen Sie nach! Sie wissen wie viele es sind! Einbringlinge in Sektor 6, Ebene B entdecken! Einbringlinge in Sektor 6, Ebene B entdecken! Einbringlinge in Sektor 6, Ebene B entdecken! In Deckung! In Deckung! In Deckung! In Deckung! American Glennисle Untertitelung des ZDF, 2020